Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und heute ist es tatsächlich soweit, es geht um China Evergrande. Wir haben da schon öfters drüber gesprochen in der Aktienschau, im Stream, aber natürlich auch auf Instagram und so weiter und so fort. Wir möchten heute mal darüber sprechen, was ist jetzt überhaupt passiert, was könnte jetzt vor allen Dingen noch passieren, was sind die Fakten und aber auch was meine eigene Meinung ist. Das heißt also, wir gucken gleich erstmal die Fakten an, was eigentlich passiert ist, dann springen wir rüber zu meiner eigenen Meinung. Ich möchte das ganz explizit einmal trennen. Das heißt, also ich werde auch extra dann nochmal sagen, wenn meine eigene Meinung kommt, wir fangen gleich mit den Fakten an und dann noch kommt meine Meinung. Klar, da sind dann auch Expertenmeinungen mit runtergemischt und so weiter. Das ist aber relativ egal, es geht mir hauptsächlich darum, dass die Fakten nicht mit meiner Meinung vermischt werden. Deswegen sage ich das dann gleich nochmal. Zuallererst, was ist eigentlich die Situation? Habt ihr sicherlich schon mitbekommen, China Evergrande ein ganz, ganz starker Anführungszeichen Immobilienkonzern. Da komme ich dann gleich nochmal zu, aber der ist aktuell ziemlich stark unter Druck. Sowohl vom Aktienkurs vom Anfang des Jahres mehr als 75% verloren, als auch in der Realwirtschaft. Dort hat man nämlich extreme Probleme. Man ist einfach schlichtweg unliquide aktuell. Man wird zumindest voraussichtlich, das hat man selber angekündigt, das musste man quasi offenlegen an der Hongkonger Börse auch, dass man nicht liquide ist am 20., also am Montag und höchstwahrscheinlich auch nicht am Donnerstag nächster Woche, die Kredite zu bezahlen. Man hat nämlich relativ viele Kredite bei einigen Banken, da kommen wir auch gleich nochmal genauer zu, und die wird man laut eigener Aussage, beziehungsweise es ist halt einfach schlichtweg eine Feststellung, nicht zahlen können. Das sind also erstmal die harten Fakten. Man hat also einen Immobilienkonzern, der im Prinzip etwas Probleme hat und gerade nicht liquide ist. Erstmal zu China Evergrande. Was ist das eigentlich? Es ist, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ein Immobilienkonzern, wobei wirklich große Anführungszeichen, man macht noch so viel mehr. Unter anderem man hat einen Fußballclub, der viel zu viel Geld kostet. Man hat super viele Joint Ventures. Unter anderem hat man eine eigene Elektroautomarke, die auch sehr, sehr viel Geld verschlingt. Das heißt also, das verbrennt alles aktuell nur Geld. Das kostet alles nur Geld. Da macht man überhaupt keinen Gewinn. Man hat eine Medizinsparte. Also gerade für chinesische Medizin hat man nochmal eine eigene Sparte. Und natürlich auch die Immobilien. Das heißt also, man ist ein sehr, sehr breit aufgestellter Konzern. Viele Sachen machen Verlust. Eigentlich macht alles Verlust. Aber letztendlich ist es so, dass wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Und man versucht gerade viele Zweige erstmal zu verkaufen. Woran liegt das? Ganz einfach deswegen, weil man extrem viele Schulden hat. Und man kann diese Schulden nicht mehr tilgen. Das hat mehrere Gründe. Da kommen wir auch gleich mal zu. Die Schulden belaufen sich mittlerweile auf knapp 300 Milliarden US-Dollar. Also es geht auch nicht mehr um 5 Euro oder 10 Euro. Das geht da um ein wenig mehr. Das Problem, warum man die Schulden nicht mehr tilgen kann aktuell, ist ganz einfach. Man hat einmal Corona-Probleme. Das heißt also, Baustellen hatten kompletten Stillstand. Man konnte also die Projekte nicht mehr fortfahren, die man angefangen hat. Punkt zwei. Es gibt Regulierungen in China. Die wurden auch ziemlich stark erhärtet oder verstärkt. Die haben richtig nochmal bei China Evergrande reingehauen, weil das Problem ist, in China möchte man gerne diese Immobilienblase, ich sag mal, kontrolliert zum Platzen bringen bzw. Luft rauslassen, damit sie jetzt vielleicht nicht platzt, aber damit sie in sich zusammenfällt. Und dafür hat man zum Beispiel auch neue Vorschriften nicht nur angekündigt, sondern auch durchgesetzt. Da geht es unter anderem um teurere Kredite. Das heißt also, die Kredite werden immer teurer. Dann natürlich auch das Bauland wird immer teurer. Und das liegt ganz einfach deswegen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Wir haben eine Blase. Die Immobilienpreise explodieren wirklich. Und man hat einfach dadurch das Problem, dass auch die Mieten zum Beispiel immer teurer werden in den Städten. Da möchte man natürlich in China gegen angehen. Und das ist jetzt natürlich ein Problem für China Evergrande. Einer der ganz großen Bauprojektleiter natürlich auch, die sehr, sehr viel Geld in Immobilien investieren. Und die leihen jetzt natürlich unter den Regulierungen zusammen mit Corona und so weiter. Und deswegen hat man gerade einfach Schlichtweg kein Geld mehr. Man hat insgesamt ungefähr 1,2 Millionen Menschen, die auf eine Wohnung warten. Das heißt also, das geht halt nicht um abgeschlossene Projekte, sondern wirklich um sich im Bau befindende Projekte. 1,2 Millionen Menschen, die davon betroffen sind, die jetzt also sehr, sehr viel Geld vorausgestreckt haben. In China ist das nämlich so, dass man eine sehr, sehr hohe Vorauszahlung hat. Das kommt prozentual immer so ein bisschen drauf an. Ungefähr ein Dreiviertel des Kaufpreises zahlt man voraus. Und wir sprechen da jetzt auch nicht von, jetzt zahle ich das voraus und ich kriege die Wohnung nächstes Jahr. Sondern man spricht davon zum Teil, ich strecke das Ganze jetzt voraus und ich kriege die Wohnung in 6 Jahren, in 10 Jahren, so in diesem Bereich. Heißt also, wir haben dort extrem viele Menschen, die extrem viel Geld in diese Immobilien reingepumpt haben. Und die jetzt natürlich richtig Angst haben, dass sie die nicht mehr beziehen können. In China ist eine Wohnung haben oder ein Eigentum haben, was Immobilien angeht, im Prinzip ein richtig starkes Statussymbol. Das ist so ein bisschen, kann man vergleichen, ich weiß, das ist nicht immer 100 pro bei jedem hier mit den Fahrzeugen, also mit den Autos. Klar, der eine oder andere sagt, ja, das Auto ist mir ganz wichtig, andere nicht, aber man kann das so ein bisschen mit Autos in Deutschland vergleichen. Das heißt also, den Leuten ist es wirklich wichtig, dass sie Immobilien haben oder ihr Eigentum haben. Und deswegen macht man das dann halt, dass man sehr, sehr viel vorausfinanziert und das auch über eine sehr lange Zeit. Das Problem ist jetzt nur, dass China Evergrande sich einmal natürlich verspekuliert hat, jetzt zusätzlich mit den Regulierungen mit Corona aber noch andere Probleme hat. Ganz kurz zum Konzern, 163.000 Mitarbeiter hat der Konzern. Das heißt also, auch dort geht es nicht gerade um irgendeine Kleinigkeit, um irgendeine kleine Zahl, sondern auch dort geht es um richtig viele Menschen. Es fing im Prinzip damit an, dass man bei Anleihen die Zinszahlung nicht zahlen konnte. Damit fing das dann an, dann ging das immer ein bisschen weiter und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Staat sogar schon gesagt hat, die Geld von China Evergrande am 20. September, also am Montag und auch am Donnerstag erwarten, dass die kein Geld erwarten können im Prinzip, weil dieses Unternehmen jetzt nicht mehr liquid ist. Daraufhin gab es sehr, sehr viele Proteste. Proteste im Sinne von Proteste bei China Evergrande. Zum Beispiel wurde in Shenzhen das Hauptgebäude, also die Geschäftszentrale des HQ, ich sag mal gestürmt. Die Leute haben demonstriert, die wollten ihr Geld und zwar jetzt und sofort. Nicht nur Anleger, natürlich auch Anleger, aber auch Menschen, die halt einfach schlichtweg diese Wohnung haben wollen, für die sie auch schließlich schon fast alles gezahlt haben. Dann ging es aber auch weiter, dass zum Beispiel bei Behörden, auch Behörden unter anderem mehr oder weniger gestürmt wurden und dort haben sich halt vor allen Dingen in dem Bereich dann nicht Anleger, sondern Leute, die halt eine Wohnung haben möchten oder eine Wohnung sich gekauft haben, sich beschwert, weil die gesagt haben oder gefordert haben, sie möchten jetzt, dass diese Baustellen halt weiter bebaut werden, das dort weitergebaut werden, weil sie sich halt extreme Sorgen um ihr Eigentum machen. Das hat zusammen mit der generellen Nachricht, dass man ja eh schon gesagt hat, okay, wir sind nicht liquide, es wird jetzt Probleme kommen und dass der Staat das natürlich auch nochmal gesagt hat, zu relativ oder sehr negativen Nachrichten geführt. Und diese negativen Nachrichten sind ja nicht nur einfach negativ, sondern die haben auch eine Auswirkung. Personen lesen das, haben dann nicht mehr so viel Vertrauen und so weiter und so fort und genau das trifft China Evergrande jetzt quasi in der zweiten Welle. Das heißt also, sie haben sowieso schon das Problem, dass sie kein Geld haben und jetzt seitdem die negativen Nachrichten wirklich groß sind und wirklich immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, haben sie auch noch ziemlich starke Umsatzeinbußen. Das heißt also, es gibt Geschäftspartner, die kündigen ihre Verträge. Es gibt Menschen, die dann einfach dementsprechend nicht mehr investieren, weil die Nachrichten so negativ sind, weil kein Vertrauen mehr da ist. Das heißt also, man wird jetzt auch gerade nochmal von so einer zweiten Welle quasi überrollt, ganz einfach deswegen, weil die Nachrichten gleichzeitig schlecht sind. Es gab übrigens eine sehr witzige Aussage von China Evergrande dazu. Sie haben tatsächlich gesagt, die negativen Medienberichte seien gerade relativ negativ für sie und wären halt nicht positiv. Ja, gut, das kann man dann auch durchaus mal so sagen. Das ist natürlich für China Evergrande irgendwo auch so, aber es ist natürlich schon, sorry, dass ich da lache, aber es ist schon eine sehr witzige Aussage. Das hat man sich halt irgendwo als Außenstehender auch schon vorher gedacht. Dann kommen wir jetzt im Faktenteil nochmal dazu, was China Evergrande jetzt eigentlich versucht, um das Ganze, ich sage mal, auszubessern und was die chinesische Regierung da bisher getan hat beziehungsweise was die jetzt aktuell tut. Kommen wir ganz kurz also erstmal dazu, was China Evergrande jetzt eigentlich versucht. Punkt 1 ist es so, wie ich gerade schon erwähnt hatte, sie sind um einiges mehr als einfach nur der Immobilienkonzern von nebenan, sondern sie haben halt schlichtweg auch andere Sachen, zum Beispiel eine sehr, sehr verlustreiche Elektroautobranche. Das hat man zum Beispiel mit dem deutschen Zulieferer, kennt ihr vielleicht Heller, hat man Joint Venture und dieses ganze Drumherum soll jetzt verkauft werden. Man braucht ganz, ganz dringend Geld, man braucht dieses Geld im Prinzip sofort und da gibt es auch Investorengespräche. Das heißt also, es gibt viele Investorengespräche, in denen es einfach schlichtweg darum geht, was kann ich jetzt verkaufen und ich möchte es möglichst schnell verkaufen. Das tut China Evergrande also eigentlich aktuell dafür, dass sie im Prinzip aus dieser Krise rauskommen. Man muss auch sagen, sie versuchen natürlich auch Teile des Immobiliengeschäfts zu verkaufen. Dadurch, dass aber der chinesische Staat sehr, sehr viel reguliert, da komme ich gleich nochmal zu, und dadurch, dass ganze Immobiliengeschäft gerade zumindest relativ unattraktiv ist, auch vielleicht für die Preise, die China Evergrande dafür braucht, ist es einfach sehr schwer, Abnehmer zu finden in diesen Bereichen. Und genau das hält sie gerade davon auf, sehr, sehr viel quasi zu verkaufen und sehr, sehr viel Geld rauszuholen, damit man zumindest mal die Kredite wieder zurückzahlen kann. Da jetzt also ein Punkt hinter und wir kommen jetzt dazu, was die Regierung jetzt eigentlich gemacht hat. Heißt also, wie ich gerade schon erwähnt hatte und auch vorhin, die Regierung ist im Prinzip dabei zu regulieren. Das geht unter anderem darum, dass Ehepaare nur noch eine Zweitwohnung haben dürfen. Das geht, wie ich gerade schon erwähnt hatte, teurere Kredite. Das geht darum, dass der Grundstückspreis teurer wird und so weiter und so fort. Es gibt dort auch noch ein paar andere Regeln. Zum Beispiel muss das Verhältnis der Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten bei unter 70% liegen. Der Nettoverschuldungsgrad darf nicht bei über 100% liegen. Und das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten muss größer als Faktor 1 sein. Und da kommen wir also zusammen auf sehr, sehr viele neue Regelungen, die das Ganze jetzt also schwerer machen. Das heißt also, im Prinzip lässt China diese Blase, wie ich gerade schon erwähnt hatte, absichtlich platzen. Sie möchten also diesen, ich sage mal, die Spekulation aus dem Markt rausnehmen. Man muss sagen, in China ist das wirklich schlimm. Wenn man sich zum Beispiel anguckt und mal den Schnitt sich anguckt, dann sind Immobiliengeschäfte, also was Blase im Prinzip angeht, sind renditereicher, um einiges renditereicher, als zum Beispiel der Aktienmarkt. Das heißt also, der Immobilienmarkt boomt dort wirklich, im Gegensatz zum Beispiel zum Aktienmarkt. Und da sind dann dementsprechend natürlich extrem viele Spekulationen. Und um diese zu unterbinden, hat man gesagt, okay, wir stellen jetzt Regeln auf. Wir wollen, dass die Blase platzt. Die soll vielleicht nicht einfach so platzen, aber wir möchten gerne, dass die Luft rausgelassen wird. Und dadurch kommen natürlich auch Riesen wie China Evergrande in ziemliche Probleme. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was macht der Staat damit? Es ging jetzt lange Zeit immer so ein bisschen hin und her. Unterstützt der Staat, unterstützt der Staat nicht? Der Staat hat sich dazu selber im Übrigen nicht geäußert. Aber jetzt kam tatsächlich von einem Autor von der Global Times ein sehr, sehr anerkanntes Blatt in China. Vor allen Dingen sehr, sehr, ich sag mal, parteinah, beziehungsweise regierungsnah, so wie viele andere Blätter und Medien dort auch. Und dort hatten auch sehr anerkannter Autor tatsächlich gesagt, dass man das Ganze so ein bisschen auch mit Lehman Brothers von damals vergleichen kann. Aber China Evergrande wird nicht ansatzweise diese Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und dementsprechend wird es wohl keine staatliche Unterstützung geben. Das also erstmal dazu heißt also, prinzipiell, der chinesische Staat hat sich dazu nicht geäußert. Sehr, sehr nahe Medien haben sich dazu geäußert. Man muss dazu sagen, das stimmt nicht immer 100% überein. Natürlich nicht. Nur weil in den Medien irgendwas gesagt wird, heißt das nicht immer hundertprozentig, dass das genau die Meinung der Regierung ist. Aber es ist schon relativ nah. Also geht man aktuell davon aus, dass die chinesische Regierung nicht unterstützt. Und das ist aber natürlich auch eine relative Sache. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Es gab natürlich eine ziemlich große Verunsicherung, auch gerade wenn die chinesische Regierung nicht mithilft. Heißt also, der Aktienmarkt ist ja ziemlich abgeschmiert, wie wir gerade gesagt haben. Auch generell viele andere Konzerne sind dort natürlich unter Druck. Denn China Evergrande hat ja nicht die Schulden im Nichts, sondern die haben die Schulden bei anderen Unternehmen, bei Banken. Da gehört zum Beispiel auch die ICBC zu. Insgesamt ist es so, dass 90% der Schulden bei Banken sind. Das heißt also, auch dort ist eine extreme Angst, dass da jetzt irgendwas passieren kann. Und um das so ein bisschen aufzulockern, hat man sich entschieden, dass die People's Bank of China dort über 13 Milliarden US-Dollar umgerechnet einfach mal in den Markt reinpresst. Im Prinzip gerade in den Bankensektor reinpresst, einfach nur um die Situation jetzt etwas zu beruhigen. Das heißt also, aktiv rein jetzt auf China Evergrande bezogen macht der Staat jetzt vielleicht nichts, aber zumindest geht man in die Richtung, dass man den Markt damit natürlich auch ein bisschen beruhigt. Und ich habe es gerade schon mal angeschnitten, letztendlich gibt es viel, viel mehr Unternehmen, die darunter leiden. Es ist halt nicht nur China Evergrande, sondern natürlich auch die Banken. Es sind Unternehmen, es sind Partnerunternehmen, es sind Zulieferer, es sind die Menschen und so weiter und so fort. Da hat man also sehr, sehr viele Problemzonen insgesamt. Zumindest laut dem Auto ist es aber so, dass das nicht zu einer Finanzkrise führen wird. So und damit kommen wir jetzt auch zu meiner eigenen Meinung. Ganz wichtig nochmal, also explizit nochmal extra gesagt, wirklich meine eigene Meinung. Da muss man jetzt dazu sagen, das ist natürlich basierend auf den Fakten, auch wenn das nicht nur an die Fakten angelehnt ist. Das ist natürlich auch angelehnt an Expertenmeinungen. Man guckt sich natürlich an, was sagen andere dazu, was denken andere darüber, was sind vielleicht auch die späteren Auswirkungen und genau deswegen sage ich das jetzt extra nochmal. Also das Ganze hat jetzt nichts mehr mit den Fakten zu tun. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens auch gerne abonnieren und liken und kommentieren und sonst beim Podcast followen. Übrigens das T-Shirt, was ich gerade an habe, wird es ab nächster Woche geben. Da werde ich aber gleich nochmal gegen Ende des Videos zukommen. Ich möchte jetzt erstmal meine eigene Meinung hier reingeigen. Letztendlich ist es zumindest für mich persönlich relativ klar, dass Sheena Evergrand nicht mehr gerettet wird. Das liegt gar nicht mal an den Konzern. Das liegt gar nicht mal am Geld. Nicht, dass man es nicht könnte, sondern es liegt an was ganz anderem. Wir haben also eine Blase, die im Prinzip immer größer wird und die chinesische Regierung versucht dagegen anzugehen. Genauso wie gegen andere Sachen. Und wenn man sich anguckt, was sind die Regulierungen bisher gewesen? Wie hat man diese Regulierungen durchgesetzt? Dann kann man sehr, sehr gut erkennen, die waren immer sehr strikt. Man hat gesagt, das macht man und genau das hat man auch gemacht und man hat dort auch nichts stehen gelassen. Im Prinzip, man hat dort alles abgerissen und gesagt, genau so läuft das jetzt und wer sich nicht dran hält, der bekommt jetzt halt auf den Deckel. Und ich denke mal, das wird bei Sheena Evergrand genau das gleiche sein. Das heißt, es liegt nicht daran, dass man das nicht finanzieren kann, dass es auch kompletter Schwachsinn, aber es ist einfach schlichtweg so, dass man Regulierung hat. Man möchte diese Blase jetzt, ich sag mal, möglichst schon platzen lassen. Warum sollte ich jetzt auf der einen Seite Luft rauslassen, auf der anderen Seite wieder Luft reinblasen, indem ich dann sage, okay, ich unterstütze die wieder weiter und zahle jetzt letztendlich, dass der Chinese oder die chinesische Regierung auf der anderen Seite sagt, wir können das jetzt nicht einfach so lassen. Wir pumpen jetzt Geld in den Markt, um den Markt zu beruhigen und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und da komme ich auch gleich nochmal zu, es wird sicherlich Geld gepumpt und zwar richtig Geld gepumpt, aber halt nicht in China Evergrande. Ganz einfach deswegen, weil wie ich gerade schon erwähnt hatte, warum die Blase weiter laufen lassen. Außerdem läuft es natürlich so, wie es mit diesem Unternehmen läuft, ganz einfach deswegen, weil China Evergrande eigentlich eher in Richtung Luxussegment geht und zum Beispiel in Richtung Einkaufshäuser, Luxusapartments und so weiter. Das läuft jetzt auch nicht 100 pro nach der Nase von Chinas Regierung. Gerade in dem Bereich, dass man sagt, man möchte gerne eine große Umverteilung haben, man möchte nicht, dass die Reichen immer reicher werden. Da zählt natürlich auch dieses Luxus vom Luxusapartment und so weiter von. Das heißt also, man ist nicht unbedingt ein Staatsfeind als Unternehmen wie Evergrande, aber man ist jetzt zumindest auch nicht der beste Freund, auch wenn man sagen muss, dass der CEO von Evergrande letztendlich wohl zumindest laut Gerüchten recht guter Freund von Xi Ping ist. Er ist auch öfters auf Feiern dabei und so weiter. Nichtsdestotrotz ist die Unternehmensstruktur, so wie sie ist, jetzt nicht gerade China, ich sage mal China-Regierungsfreundlich und genau deswegen das Beide spricht einfach schon mal komplett dagegen, zumindest finde ich das Ganze. Dann hat man noch die beiden Sachen, also die Blase und dass man nicht gerade regierungsfreundlich ist, sprechen dagegen und dann kommt mein dritter Punkt, weswegen ich denke, dass man dagegen sein wird. Man hat im Prinzip, wie ich gerade schon erwähnt hatte, eine sehr, sehr strikte Meinung und man wird jetzt sicherlich nicht sagen, wir regulieren das alles und dann halt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ein relativ regierungsunfreundliches Unternehmen hochziehen und da weiter oben lassen in dem Sinne mit nochmal richtig viel staatlicher Unterstützung. Das denke ich einfach nicht, deswegen glaube ich persönlich, China Evergrande wird Pleite gehen. Dass wir jetzt natürlich Zulieferer haben, die darunter leiden, dass wir Menschen haben, die jetzt vielleicht, natürlich die meisten haben eine Wohnung, die leben jetzt nicht auf der Straße und können sich ein Luxusapartment kaufen, aber dass die darunter leiden, dass natürlich Partnerfirmen darunter leiden, das ist ganz klar und ich denke genau das wird der Fall sein. Dort wird man sicherlich Geld reinstecken, man wird China Evergrande jetzt nicht finanziell unterstützen, das wird wahrscheinlich genauso aussehen, wie es jetzt in der letzten Zeit passiert ist, das heißt also China Evergrande wird auch früh oder spät nicht mehr zahlen können, der Chinese wird dann halt woanders Geld reinpumpen. Jetzt war es in den Markt, vielleicht ist es nächstes Mal in die Leute, die dementsprechend natürlich mit China Evergrande zusammengearbeitet haben, die also dadurch jetzt Verluste oder vielleicht sogar kurz vor der Insolvenz stehen, dass dort vielleicht die Leute, die jetzt investiert haben in China Evergrande im Sinne von, wir haben jetzt eine Wohnung gekauft, dass die Geld bekommen, das kann ich mir um einiges eher vorstellen, als dass man wirklich China Evergrande jetzt auf die Beine hilft. Heißt also, man wird anderen helfen, aber nicht in diesem Unternehmen. Was wird jetzt aber aus der Situation, die wir dadurch jetzt vielleicht entstehen haben? Wir haben 300 Milliarden Schulden, das sind unter anderem natürlich Banken, die darunter leiden, vor allen Dingen, wie ich gerade schon erwähnt hatte, 90% der Schulden liegen halt bei Banken, das sind dann halt dementsprechend die Banken auch, die leiden, das sind natürlich dann dementsprechend die anderen und was wird da draus jetzt? Wird das eine Krise und da glaube ich persönlich auch, das wird jetzt keine neue Lehman Brothers Krise, ganz einfach deswegen, das war einmal eine ganz andere Situation und Punkt 2, man hat das Geld. Es ist letztendlich so, es klingt sehr, sehr viel, 300 Milliarden, es ist auch viel, es sind knapp 2% von Chinas Bruttoinlandsprodukt, das ist jetzt auch nicht gerade wenig, aber man kann sowas verkraften. Letztendlich ist es so, dass man sehr, sehr viel Geld jetzt auch in den Markt pumpt. Man hat jetzt mal eben einfach so aus nichts entschieden, dass man mal eben 14 Milliarden US-Dollar in den Markt pumpt, einfach nur um zu beruhigen. Das zeigt halt schon, dass man das Geld hat, dass man das auch durchaus ausgeben könnte, nur halt wahrscheinlich nicht für sie direkt. Und das Problem, was wir halt eigentlich auch haben ist, wir haben einen großen Dominostein, der fällt und man hat immer mehr Kosten, aber letztendlich ist es in China alles sehr, sehr reguliert. Das Ganze wird zurückfallend auf die Banken sein und da gibt es tatsächlich auch relativ interessante Statistiken, dass es die Banken gar nicht so stark trifft. Das heißt also, die Banken sollten dadurch jetzt gar nicht pleite gehen. Der große oder die große Angst wäre jetzt ja in dem Fall, dass China Evergrande jetzt pleite geht, kein Geld mehr hat, dementsprechend auch die Kredite nicht mehr zurückzahlen kann und jetzt eine andere Bank pleite geht, die jetzt auch wieder irgendwo Kredite hat und so weiter, also die auch wieder Kosten hat, wo auch wieder viel auf dem Spiel steht, andere Unternehmen vielleicht auch Kredite bei dieser Bank haben und dadurch dann diese Kettenreaktion besteht. Und das denke ich halt nicht, weil die Banken relativ viel haben. Das sind auch Banken, die unter der Aufsicht natürlich unter sehr, sehr großer Staatsaufsicht stehen und die man durchaus dann auch unterstützen könnte. Deswegen würde ich sagen, too big to fail in dem Fall, nein, auf keinen Fall. Man war nicht zu groß, um dementsprechend pleite zu gehen, weil das Gesamtkonstrukt nicht passt. Wenn man jetzt gesagt hätte, das ist vielleicht noch mehr Geld, das sind vielleicht auch sogar Banken, wirklich viele Banken mit dabei, die dadurch auch pleite gehen können, dann wäre das eine andere Situation. Aber wenn man jetzt wirklich sagt und auch jetzt mal darauf berufen, dass wirklich die Statistiken sagen, die Banken sollten dadurch nicht pleite gehen, dann denke ich das einfach schlichtweg nicht. Und selbst wenn eine Bank pleite in Anführungszeichen geht, wird sicherlich staatliche Unterstützung bekommen. Dafür ist der Staat dann auch letztendlich gerade in diesem Bankenwesen in China zu präsent und zu stark unterwegs. Es ist letztendlich nicht so freie Marktwirtschaft, wie es hier ist. Sei jetzt mal dahingestellt, wie frei es letztendlich ist, aber es ist nicht ansatzweise so. Da muss man einfach sagen, viel mehr Regulierung und deswegen denke ich persönlich, dass man dann eventuell eher halt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, die Banken rettet, die Partner rettet und so weiter, als dann China Evergrande. Das also dazu heißt also insgesamt, ich persönlich würde aus den Aktien raus. Es ist einfach für mich so, dass das Ding gegessen ist. Man möchte eine Blase verhindern, man möchte diese Blase langsam platzen lassen. Dann hat man jetzt tatsächlich die Chance, wenn man dieses Unternehmen halt nicht weiter unterstützt. Wenn man dann andere natürlich unterstützt, dann muss man einfach sagen, das ist eventuell auch notwendig, aber zumindest um diese Blase jetzt platzen zu lassen, wäre das halt einfach jetzt der Weg oder der relativ einfache Weg. Heißt also, man lässt einfach Luft aus der Blase und lässt sie nicht direkt platzen. Das wäre nochmal eine ganz andere Nummer. So und damit würde ich mich jetzt auch gerne verabschieden. Wie gesagt, das T-Shirt gibt es ab nächster Woche. Da könnt ihr gerne auf der Internetseite gucken. Wenn ihr da jetzt auf Shop geht, dann ist da jetzt noch nichts. Da könntet ihr euch anmelden, dann werdet ihr benachrichtigt, aber das ist noch nicht so wichtig. Wird es dann aber ab Ende nächster Woche geben. Außerdem könnt ihr natürlich gerne auf unserer Internetseite generell nachgucken. Da sind auch immer die News. Da seid ihr dann auch immer auf dem neuesten Stand, auch was China Evergrande angeht. Da werden wir dann natürlich jeden Tag neue News, wenn es dann neue News gibt, dazu posten. Wir werden sehr, sehr gespannt auf Montag natürlich blicken, weil es Montag einfach schlichtweg so ist, dass dort die erste Zahlung dann ansteht und wir werden dort sehen, was dann eigentlich passiert. Natürlich wird das interessant. Außerdem, wie gesagt, gerne die anderen Videos, die anderen Podcasts hören und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren, gerne follow und was auch immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und noch eine Sache ganz kurz. Bei Instagram haben wir immer so was wie Blitzposts beziehungsweise Eilmeldungen. Dort erfahrt ihr es auch noch vor dem Video und vor der Newsseite. Deswegen bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.